Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem kleinen Gewinnspiel hier auf meinem Kanal und zwar könnt ihr diesmal Hey Pikmin gewinnen. Ich glaube die Pikmin Reihe ist euch allen bekannt und Ende des Monats am 28.07. erscheint der neue Ableger für die Nintendo 3DS Hey Pikmin und ihr seht im Hintergrund auch schon ein bisschen Gameplay von der Demo und um genau diese Demo soll es auch gehen in diesem Gewinnspiel. Was ihr tun müsst ist dabei ganz einfach. Ihr spielt die Demo und schickt mir dann davon einen Screenshot. Wie ihr das macht ist mir recht egal. Also ich glaube nicht jeder kann seinen 3DS aufnehmen, deswegen reicht das im Endeffekt auch ganz einfach abfotografiert mit eurem Handy. Was ganz ganz wichtig ist, das Ganze muss unter dem Hashtag den ich euch gerade einblende Pikmin Wuschel gesendet werden und das Ganze soll entweder hier in den YouTube Kommentaren geschickt werden, das heißt ihr ladet das irgendwie auf irgendeiner Plattform zum Bilderhochladen hoch. Postet mir den Link mit dem Hashtag in die Kommentare. Wundert euch dann nicht, wenn euer Kommentar nicht sofort öffentlich zu sehen ist, weil Links muss ich manuell freischalten, damit mir nicht einfach jeder irgendeine Scheiße in die Kommentare spammen kann. Oder aber ihr schickt mir das Ganze unter dem Hashtag Pikmin Wuschel auf Twitter, da ist das Ganze wahrscheinlich einfacher. Diese beiden Möglichkeiten habt ihr da. Was es dann zu Gewinn gibt, ist, so drei Gewinner werden ausgelost und jeder erhält dann zum Launch von Hail Pikmin am 28.07. die Vollversion von dem Spiel. So, Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Bitte unbedingt lesen. Bei meinen letzten Gewinnspielen hatte ich echt oft das Problem, dass ich Leute disqualifizieren musste, weil sie sich einfach nicht an die Teilnahmebedingungen gehalten haben. Also nochmal kurz zusammengefasst. Drei Leute gewinnen jeweils einmal Hail Pikmin zum Launch. Ihr spielt die Demo, die gibt es im Nintendo eShop ganz einfach runterzuladen. Ihr macht einen Screenshot bzw. ein Handyfoto oder was auch immer. Ich muss nur sehen können, dass ihr diese Demo spielt. Schickt mir das Ganze mit dem Hashtag Pikmin Wuschel entweder hier auf YouTube. Da nicht wundern, wenn die Kommentare nicht sofort angezeigt werden. Oder eben auf Twitter. Und dann wird zum Ende des Gewinnspiels werden die drei Leute ausgelost und die werde ich dann anschreiben. Bitte, 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 bitte schreibt mir nicht eure Adressen in die Kommentare. Das hatte ich letztes Mal auch. Leute, ihr werdet dann disqualifiziert. Außerdem ist das saugefährlich, wenn ihr eure Adressen einfach in die Kommentare schreibt. Geht leider gar nicht. Deswegen werden eure Kommentare dann gelöscht. Und als ungültig gewertet. Ja, an dieser Stelle schon mal Danke an Nintendo, dass ich die Möglichkeit habe, wieder ein Gewinnspiel mit ihnen für euch zu machen. Und ich glaube, es ist soweit alles gesagt. Und dann viel Spaß beim Demo spielen. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr gewinnt. Bis dahin. Tschüdelü.